Hallo und herzlich willkommen. Ich habe das Mikrofon jetzt ein bisschen weiter weggestellt für dieses Spiel. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch einigermaßen. Ich schaue mir jetzt mal die VR-Demo zu Until Dawn Rush of Blood an. Und es ist jetzt schon verdammt unheimlich. Einfach nur diese Brille aufzuhaben, alles ist so nah und so plastisch. Das kann man nie verleihen. Mit einem normalen Fernsehbildschirm, den man vor sich hat. Das ist schon sehr, 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 sehr unangenehm hier. Verdammt unangenehm. Okay. Hallo, Herr Doktor. Ich brauche dringend irgendein Narkotikum oder sowas. Können Sie mich nicht für die nächsten fünf Minuten außer Gefecht setzen? Ein Entertainer. Na dann, wird alles halb so schlimm. Okay. Los geht's. Ich schaue nach links, ich schaue nach rechts. Die erste Mission wäre schon mal erfüllt. Ich benutze gerne auch zwei Motion Controller im Moment. Ich muss kurz in die echte Welt gucken, wo die rumliegen. Na. So, Brille wieder aufgesetzt. Moment. Okay. Dann kann ich losgehen. Yeah. Cool. Ich mach auf easy. Horrorspiele spiele ich immer auf easy. Oh oh. Puh. Ich hätte beinahe normal gewählt. Das wäre nix gewesen. Okay. Okay. Hm. Meine Pistolen sind wirkungslos. Oh. Oh, was haben wir denn jetzt? Doppelläufige Schrotflinten. Nicht schlecht. Okay, ich bin bereit. Oh, das ist wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Oh, ein Schwein. Hübsches Schweinchen. Okay, in die Dunkelheit. Und Ladezeit. Dieser Ladezeitkopf ist so 2000er irgendwie. Oh. Moonwalk. Michael Jackson ist hier irgendwo. Oh. Nein, 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 nein. Oh Gott, das war jetzt gerade echt schlimm. Weil ich mit meiner Hand gegen den Mikrofonständer gestorben. Genau wo die standen. Musikalisches Feedback. Naja. Alltag im Schlachthaus. Hey, Captain America Schwein. Yeah. Ja, dann kann nichts mehr schief gehen. Okay, ich glaube, ich tue mir nichts. Naja, wie ich gesagt habe, Alltag im Schlachthaus. Ist doch nichts Schlimmes dabei bis hier. Ich weise ein bisschen den Sägen aus. Die sind schon ein bisschen unangenehm, so direkt vor mir. Ja, so ist das halt. Ja. Naja, finde ich gut, dass die realistisch darstellen, wie es in so deutschen Schlachthäusern so zugeht. Ich meine, ich esse ja selber auch gern mal Fleisch, aber dem sollte man sich bewusst sein. So ist es halt mal. Ups, nach dem Haken ausweichen. Na guck, halb so schlimm. Warum geht mein Licht nicht mehr? Das ist Absicht. Oh. Oh Gott. Das ist echt. Das ist uncool. Das ist unheimlich. Fert auf mit dem Scheiß. Okay. Boah, wenn die so nahe an einen rand kommen, das ist wirklich, 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 wirklich unangenehm. So. Okay, raus aus dem Schlachthaus und rein in die Achterbahn. Hui. Schlauens. Wow. Schaukelpferd. Oh, hallo. Ich will eure Party gar nicht stören. Ich will gar nicht wissen, was ihr hier macht, aber macht ruhig weiter. Oh. Wow. Au. Ich glaube, ich habe mir den Kopf gestoßen. Ich muss ein bisschen ausweichen. Huh. Was war das? Irgendwas kaputt geschossen. Okay. Wahrscheinlich gibt es so Collectibles oder sowas. Axt. Oh, noch eine Axt. Rush of Blood. Hallo. Soll ich klatschen? Es gibt schon eine Reise. Es ist ein Service. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, was jetzt passiert, wenn das Licht wieder angeht. Okay. Das Haus wobbelt. Hallo. Ich bin zu Hause. Vielleicht sollte ich einfach später wiederkommen. Machen sie sich wegen mir keine Umstände. Wirklich. Uh, hallo. Oh, Mann, ey. Oh, oh, ich hab laden. Okay, einfach ins Auge schießen. Halb so schlimm. Okay, jetzt wird's. Ziemlich Klischee-Geisterhausig. Mit Bilder, die fliegen und Vasen und so. Hab ich Schlimmeres gesehen. Okay, wir sind am Ende. Na dann. Dann können wir alle jetzt wieder friedlich und glücklich nach Hause gehen. Oder auch nicht. Na komm, was geht's? Ah, Clowns. Böse Clowns. Und ein großer, böser Clown. Aha, er nimmt die Maske ab und dahinter verbirgt sich ein hässlicher Clown. Der mich isst. Na, Mahlzeit. Okay, das war's. Schöne Demo. Zehn Collectibles hätte es gegeben. Ich hab nur eins gefunden. 73% Zielgenauigkeit A+. Yeah. Na ja. Ähm. Ja. Cool. Coole Demo. Coole kleine Demo. Äh. Coole Spiel. Also so Lightgun-Shooter machen echt Spaß hier in Virtual Reality. Davon hätte ich gern mehr. Ja, aber vielleicht ein bisschen weniger Horror-Szenario. Horror-Szenario. Sondern eher irgendwas, weiß ich nicht, mit Einhörnern und Regenbögen. Oder irgendwas dazwischen wäre super. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und, ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020